Hey Cineasten Crew, ein letztes Mal melde ich jetzt mich hier zu Wort im Jahr 2023. Bald in wenigen Stunden, in etwas mehr als zwölf Stunden ist es vorbei, dann erwartet uns 2024. Und 2023 war kein leichtes Jahr, es war auch kein gutes oder gar schönes Jahr. Es war aus gesellschaftlicher, realpolitischer Sicht eine absolute Vollkatastrophe und auch aus cineastischer Sicht, die mich ja primär hier auf diesem Kanal bewegt und interessiert und euch ja sicherlich auch, war es mehr als durchwachsen. Ich bin unzufrieden mit dem Jahr 2023 aus Filmsicht, es war eine absolute Enttäuschung. Ich hatte irgendwann vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, in einem Video erwähnt, dass ich aufgrund von Familie und Beruf nicht mehr so häufig ins Kino gehen kann. Aber Leute, für welchen Film hätte es sich tatsächlich wirklich gelohnt, außer für Godzilla Minus One? Also so aus dem Stehgreif. Jetzt, und ich bin ja auch kein Depp, der nicht weiß, was dieses Jahr rausgekommen ist, mir würde jetzt ad hoc kein Film einfallen. Keiner. Und das ist irgendwie ein bisschen traurig. Normalerweise ist das nicht so. Jetzt schon. Trotz alledem, für mich als YouTube-Kanalbetreiber von MovieCheck, war es echt ein tolles Jahr. Wenn ich mir überlege, wo ich Ende letzten Jahres stand, dann ist dieses Jahr gut gewesen. Es kam jede Woche ein Video, mindestens eins. Die Kanalmitglieder Simon M. und Marc Dinter, an dieser Stelle namentlich erwähnt und wirklich gegrüßt von Herzen, haben entsprechend auch ihre Boni erhalten. Nicht immer, nicht immer. Das wöchentliche Video auf jeden Fall, aber alles andere, da entschuldige ich mich bei euch. Trotzdem seid ihr als Mitglieder dem Kanal treu geblieben und das finde ich, wow, das finde ich richtig stark. Und ich verspreche euch und all denjenigen, die sich noch für eine Kanalmitgliedschaft entscheiden, demnächst oder in Zukunft, dass auch im nächsten Jahr der ein oder andere Mitgliedschafts-Livestream kommen wird. Die ein oder andere Short-Info auf jeden Fall regelmäßig kommen wird, denn nächstes Jahr wird anstrengend. Da wird einiges passieren. Ich habe ohnehin seit Jahren hier in diesem Kanal sehr viel Geld investiert und das hat sich in diesem Jahr nochmal weiter auf die Spitze getrieben. Wäre falsch, wäre so negativ, aber ich habe nochmal den einen oder anderen Schritt gewagt und beispielsweise auch in Richtung Podcast mich jetzt neu aufgestellt. Da werde ich noch ein separates Video zumachen, weil ich auf der Suche bin. Auf der Suche nach dir, der du vielleicht jetzt dieses Video siehst und dich angesprochen fühlst. Denn ich suche Leute, die hier mich unterstützen beim MovieCheck. Und MovieCheck ist oder soll demnächst in den nächsten Jahren nicht nur dieser Kanal sein, sondern es wird eine Homepage geben, die entsprechenden Domains sind gesichert und entsprechend auf dem Podcast üblichen verdächtigen Seiten soll es halt auch regelmäßig wöchentlich Content geben. Und das schaffe ich nicht alleine. Das schaffe ich nicht alleine. Das wäre echt dämlich zu glauben, dass ich das alleine schaffen würde. Da brauche ich eure Hilfe. Und mit euch meine ich meine Zuschauer. Diejenigen unter euch, die vielleicht auch sich vorstellen könnten, sich irgendwann mal vor die Kamera zu stellen oder sich mit ihrem Mic am Podcast zu beteiligen, mit mir zu diskutieren oder mit anderen zu diskutieren. Wenn ihr Bock habt, als Cineasten-Crew, als überzeugte Cineasten, euch vielleicht gelegentlich auch nur hier zu Wort melden zu können, wenn ihr euch das vorstellen könnt, dann meldet euch. Ihr als meine regelmäßigen Zuschauer wisst sowieso, wie ihr mich kontaktieren könnt. Allen anderen sage ich nur Instagram, Geschäftsadresse hier auf der YouTube-Kanalseite, Facebook, E-Mail, whatever. Es gibt genug Möglichkeiten. Aber wie gesagt, zu dem Punkt der Mitgliederakquirierung in Bezug auf Mitglieder, die hier aktiv mitmachen wollen, werde ich nur mal separat Video machen. Aber jetzt seid ihr hier schon mal vorab informiert. Ansonsten, was gibt es noch zu berichten? Die Nächte des Grauens, hilarious. Es war wunderschön, es war wunderschön. Gut, es sind zwei Leute abgesprungen, die sich nicht mehr gemeldet haben. Darüber habe ich mich schon ausgelassen in einem Podcast. Das war mehr als asozial, spiegelt aber mitunter vielleicht auch nur das wieder, was mich einst in der Filmcom auch aus der eigentlichen Filmcom-Bubble getrieben hat. Ich bin aber froh, dass die Verhältnisse sich umgekehrt haben, dass da nur noch quasi von 60, die ich angeschrieben habe, zwei Deppen dabei gewesen sind. Insgesamt sogar drei Deppen. Einer war von TikTok, die sich überhaupt nicht mehr dann zurückgemeldet haben, nachdem vorab schon eine Kommunikation bestand. Also das muss man einfach mal so sagen, da ist die Relation schon gut. Wenn 57 sich zurückmelden und aus verschiedenen Gründen einige absagen und einige andere direkt sagen, jo, bin ich dabei, dann macht mich das insofern wieder freudig darauf, irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen, um Teil der Filmcom zu bleiben oder wieder zu werden. Das fände ich gut. Vor allem, wenn ich weiß, dass die alten Gesichter von damals, die mich aus dieser Bubble getrieben haben, mit ihrer Art und Weise Filme zu sehen und auch miteinander irgendwie umzugehen. Wenn ich weiß, dass ich diese Gesichter, zumindest vorrangig jetzt in der Filmcom, in der ich mich bewege, nicht mehr sehe. Das finde ich beruhigend, dass sich quasi da die Filmcommunity weiterentwickelt hat. Dann muss ich sagen, nach Kaffeepause geht es weiter. Bin ich erleichtert. Und das stimmt mich auch generell dann freudig auf 2024, weil ich natürlich auch hier Kooperationen weitersuchen werde. Ich habe alle möglichen Leute inzwischen in einer Excel-Tabelle zusammengefasst und wenn ich eine Kooperation plane, dann werde ich mich dieses Mal auch, nicht wie bei den Nächten des Grauens, drei Monate, sondern vielleicht sogar ein halbes Jahr vorher melden, damit man das auch alles schön planen kann. Ich denke, dass das realistisch ist und ich freue mich auf alle möglichen Charaktere, die bei den Nächten des Grauens dabei waren oder eben auch nicht, wenn sie hier wieder auch sich zu Wort melden und in Erscheinung treten. Aber auch all diejenigen, die noch nicht hier Bestandteil gewesen sind, ich freue mich, euch hier dann begrüßen zu dürfen und euch Hallo sagen zu dürfen. Und da freue ich mich drauf. Gut, 2023, naja, warten wir ab, was kommt. In wenigen Stunden geht es los in 2024, hoffentlich nicht beginnend mit einer Vollkatastrophe, sondern mit positiven Vibes. Darüber würde ich mich freuen. Und ihr euch sicherlich auch. Die Preise werden teurer, es wird alles teurer, nichts wird günstiger, es wird für uns alle irgendwie schwerer im Alltag zu bestehen und trotzdem ist es meine persönliche Auffassung, dass wir uns da durchbeißen können, dass wir standhaft bleiben können, dass wir letzten Endes unseren Alltag so wie gewohnt bestreiten, mit Abstrichen möglicherweise und trotzdem irgendwie gut durch das kommende Jahr kommen und vielleicht sogar das Jahr 2024 besser beenden als das Jahr 2023. Das wäre mehr eine persönliche Hoffnung und alles dafür zu tun, dass sich die Welt, das ist diese größenwahnsinnige Deutsch-Weltanschauung, absurd, die Welt, aber zumindest Deutschland, gut entwickelt. Das wäre schön. Dass Gesellschaft sich wieder verbindet und nicht auseinander dividiert. Das wäre schön. Dass Linke und Rechte nicht in Bezug auf das Thema Film jetzt weiter versuchen, ihren persönlichen Fingerabdruck aufzustempeln und versuchen, Filme irgendwie zu instrumentalisieren, indem sie sie irgendwie in ihrer Ideologie interpretieren. Das wäre ein Fortschritt. Und auch dafür werde ich mich nächstes Jahr einsetzen, hier auf meinem Kanal. Das habe ich im letzten Jahr ein, zwei Mal gemacht und nachdem jetzt aber auch in diesem Jahr sehr viele krass woke Kanäle irgendwie aufgepoppt sind und auf der anderen Seite krasse Kanäle, die sich eines rechten Wordings bedienen, bin ich einfach der Ansicht, es fehlt da draußen abseits der ganzen Kanäle, die sowieso schon bei über 100, 200, 300.000 Abonnenten sind und an sich nur sich dem Thema Film widmen, eine Stimme, die entsprechend eine mittlere Position einnimmt, um quasi zu sagen, dieses Extrem ist falsch, dieses Extrem ist auch irgendwie falsch, die goldene Mitte ist es doch, die letzten Endes dazu führt, dass wir alle irgendwie auf dem grünen Zweig miteinander kommen. Und Movie Check war immer schon, ich weiß, ich wiederhole mich, ein Forum für Szenerasten. Für Leute, die Filme lieben. Sei es nun Leute, die prinzipiell vielleicht eher die Grünen oder die Linken wählen oder für Leute, die CDU, FDP oder von mir aus auch AfD wählen. Klar ist, gegen extreme politische Positionen habe ich immer was. Sowohl von links als auch von rechts. Wenn ich euch also da auf die Füße trete, tut es mir leid, aber wenn entsprechende Aussagen getätigt werden, die mit meinem Menschenbild und dem Bild der Menschenwürde nicht vereinbar sind oder einfach auch nur zu Gewalt aufrufen, dann melde ich mich halt auch zu Wort und sage, stopp, no way, geht gar nicht. Mit einer entsprechenden Begründung, warum ich finde, dass das gar nicht geht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat das noch mit Filmen zu tun? Eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Wie ich erschreckenderweise auch jetzt in den letzten Monaten feststellen musste. Aber wie gesagt, darum soll es in diesem Video gar nicht mehr gehen. Ich wollte euch nur erläutern, dass die Entwicklung meines Kanals auch weitergehen wird. Dass wir uns weiterhin über Filme austauschen werden. Aber dass ich vehemente auch meine persönliche Meinung mit in die Videos mit reinbringen werde. Noch mehr, als ich es vielleicht jetzt schon eurer Ansicht nach möglicherweise getan habe. Und ein letzter Punkt. Die Reviews werden auch überarbeitet. Ich verabschiede mich von dem Wertungssystem. Ich hatte damals schon mit Jan darüber diskutiert, lohnt sich das überhaupt so ein Wertungssystem? Ich hatte damals die Pro-Wertungssystem-Position. Jan war eher so die Antipothese beziehungsweise die Antiposition. Und retrospektiv würde ich sagen, hat er recht gehabt. Warum eigentlich eine Wertung? Das macht insofern keinen Sinn, weil da eine gewisse Form von Beliebigkeit auch mitschwingt. Und sich dieser Beliebigkeit zu entsagen sozusagen und damit auch das Produkt, das Video, die Review abgerundeter für euch zu machen, dafür lohnt es sich dann doch tatsächlich auch diesem Wertungssystem, was ich jetzt schon seit Jahren hier habe, Adieu zu sagen. Einige Videos, die ich vorproduziert habe, werden noch eine Wertung haben. Vielleicht geht das noch so bis Februar oder März, aber dann werden Videos nachrücken, die ohne Wertung kommen. Nur, dass ihr da auch Bescheid drüber wisst. Ja, das war 23, das wird 2024 sein und es passiert so viel. Podcast, Homepage. Beruflich werde ich mich hoffentlich ab März, spätestens ab Oktober weiterentwickeln. da kommt auch einiges auf mich zu. Dementsprechend bin ich froh, dass ich jetzt zumindest bis März schon vorproduziert habe, damit ich mich auch kognitiv darauf vorbereiten kann, in die wichtige Prüfung zu gehen, die mich da erwartet. Und dann sehen wir weiter. Ich wünsche euch noch in den letzten knapp zwölf Stunden des Jahres 2023 eine schöne Zeit und kommt gut ins neue Jahr. Einen guten Rutsch und vergesst es nicht. Auch nicht im Jahr 2024. Filme sind einfach geil. bis ins Jahrhundert Vielen Dank.